So, Herr und Frau Yilmatz, jetzt fehlt nur noch der Punkt 4 auf Anhang 18. Verpflichten Sie sich, als baldige deutsche Staatsbürger die deutsche Kultur als Leitkultur zu übernehmen. Sehr schön, das bedeutet, Sie werden Mitglied in einem Schützenverein, essen zweimal eine Woche Schweinefleisch, Sie sehen jeden Sonntag Tatort und verbringen jeden zweiten Sommer auf Mallorca. Sind Sie bereit, diese Pflichten auf sich zu nehmen? Ja, natürlich, muss ja alles richtig haben. Warte mal, ich gratuliere. Sie sind jetzt Deutsche.